Ja, hi, willkommen! Lerondes berühmte Sehenswürdigkeit. Seine Mutter hat dich schraubt, wenn du nicht deine Pfanne schraubst. Und wenn du nicht aus dem Bett für Frühstück, dann wachst du dich. Also ich bin nicht so sicher über den Rest und die Heilungsparte. Verdammt, Jude! Nicht in front of potential customers! Aber das ist alles wahr, nicht wahr? Das most remarkable thing about Lerond ist, dass es somehow produziert Leute wie du auch. Das ist ein Hähnchen-Koller-Zeichen. Aber egal. Ja, sie kann hier noch was ausrüsten. Und... Ich weiß nicht, was nehmen wir denn bei ihr? P-Angriff? Ah, wieviel Verteidigung hat sie denn? Auch gar nicht so viel. Das ist... Ich dachte, er war viel. Ich glaube, ich gebe ihr Ausstiefel. So, dann gehen wir weiter. Hui! Hey! Ich möchte sie natürlich noch ein bisschen austesten und... Ich weiß natürlich nicht, wo es lang geht, aber... Ja, ne? Mein Liebeskommand. Okay, ich habe mal geguckt. Äh... Beziehungsweise, ich habe geguckt und nichts gefunden. Aber ich glaube, ich habe geguckt und nichts gefunden. Ich glaube, Clown tut man automatisch. Ob ich jedenfalls... Wir kann aus der Brustab genau wie Jude... Okay. Ja, mehr nicht. Aufschlagender Wirbel. Ich kann da fast die gleichen Attacken. Wie egal. Sag, 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 sag. Ich glaube, sie ist heute Luftkämpferin. man kann den sich angreifen ganz herrbare schlack in der luft einsetzen wenn wir sie von unten greifen wahrscheinlich kann ja irgendwann so techniken lernen damit der staff länger ein ding länger ist länger länger ist ja ich habe mich auch immer gepackert mir ist aufgefallen laura baleigh ist gar nicht mehr hier die synchron sprecherin das ist komisch ist gar nicht mehr in diesem spiel drin eine sehr bekannte tales of synchronsprecherin laura baleigh hat glaube ich estelle aus tels bis peria gesprochen charia aus tales of graces sonst gebe ihr voll aufbewegen weil anscheinend scheint sie darauf ausgelegt zu sein da muss ich bei ihm auch was anderes gehen eine halb gehabte brille mit rahmen und alle die gebildeten drei werden wohl geil ich habe noch das ganze gefunden ach da müssen wir hin dann gehen wir erst ein und damit alles ein was wir finden können wahrscheinlich wenn ihr wieder dutzende kämpfe kommen wer hätte es gedacht die 100 galt gut auch geld und sie hat mein rezept ist gar nicht mehr aktiviert setzt man da rein merkelt für acht kämpfen und items vom rauch sagt 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 wie sie von einer hohe man kreift aber aber das ist nicht mehr oder war da war gut sie hat aber nicht diesen allgemeinen kindheitsfreunden charakter fällt mir gerade auf ich weiß jetzt nicht wie ich das erklären soll aber man erkennt es tate of grace ist und so da jetzt hat er auch hier wir haben sechs charaktere deswegen sollte ich mal gucken jeden tue ich auf irgendwas anderes draufballern albin bekommt stärke ich immer sagen nieder bekommt intelligenz sicher bekommt diese geschicklichkeit weil sie nicht rohn beweglichkeit layer vitalität der vitalität bekommen dann müsste ja rohn vitalität vielleicht kommt ich weiß es nicht aber jetzt hat das schlüssel dingen also gehe ich hier kommt vitalität und fp genau man kann nicht alles lernen also irgendwann wird man auf jeden fall alles lernen aber im moment noch nicht aber da war ja noch brauche ich noch gar nicht flitzen ja wohl 25 prozent das ist bestimmt gut stimmt ob ich doch jetzt habe ich hier punkte ausgegeben für nicht so hi keine kronpäder cool komm her sagt 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 na 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 und da kann man durch eine luft wenn ich noch denn wir bekommen voll viel geld sehe ich gerade oder vielleicht liegt an layers fertigkeit wie auch immer die nummer jokoladen papp war er könnte nicht mal hier so galt rezepte liegen lassen nordöstliche abbezweigungen da muss man nicht hin da muss ich weiß gar nicht bereits monstreich schon getroffen haben möchte kannst du es mal wieder geiler schlag der w ist nur so physische angriffe so physische angriffe auf ihren ganzen tasten sowie ronja unten und oben physisch der rest ist alles fernkampf kann mir nicht verwirrend sein ich möchte mich jetzt nicht wieder fünf parks ja an zehn tauren kämpfe anhalten deswegen tue ich nur die nötigsten aus fechten obwohl wenn es nach mir geht ich würde hier jeden einzelnen okay ich würde jeden einzelnen kampf hier mitnehmen aber dann würden wir ja nie zu ende kommen in diesem netz play oh gott verdammt aber ok jetzt seid ihr dran so ich habe immer noch mein gott ihre tp aber du bist ja leicht tot geht kaputt das ist ihre partner fähigkeit da wird man erst auch wenn man sie als partner ausgeht aber im moment steuert ich möchte erst mal steuern dann so was ist da drin griechen beim krawler und er will dann nicht nur warum ist sie in manchen den extra zoll hat wenig lustig aber wir haben schon zwei von den seltenen dinge anrufen das gut mal aus und da hat die trufe haha und das nicht blauer sagt fragen er will mir sagt franzorte ok kann man runter da ist noch mal daran wenn man das gebiet hier schon erkundet haben also klettert ich dachte okay was haben wir gewonnen mit namen schwarzpädern ich habe noch nichts ausgeben will zum teufel aber jetzt noch mehr haben schwarze federn so viel brauche ich nicht haben schwarze federn kronen fehlern ok auf seine federn und da ist ein loch weiß nicht sprach ja speicher ja irgendwie so verdächtig aus da komme ich hier in einem voll keinem ort wo ich bereichen soll mit voll die im bar gegnern bei mir das heimatdorf war auch so wenn man da irgendwie gegner mit level nein das hat mich raten level 39 aber jetzt haben wir uns gut objekt gestohlen was von uns oder von keine ahnung ich will wieder raus okay hier hier warum kannst du das nicht hier da war nicht so eine gute idee dahin zu gehen was uns das nie wieder machen ich denke war erst später plötzlich an alle schätze sie haben ja neu aufgetaucht dann habe ich noch ich habe es bis zu dem einen ort bis zum anderen speicherpunkt da war noch was ist mir egal ja es ist mir egal ihr habt richtig gehört da war ich schon drin ja ja aber ich glaube dann gehen wir zurück und dann gehen wir von da aus direkt zum zielort noch mehr am schwarze pedern und 9 ja würde ich sagen wir wenn dem tag nach diesem kampf und wir sehen uns dann am letzten speicherpunkt das ist eine gute idee ne aber weißt du diesen kampf noch in diesem fahrt schaffen krankheit angst der betroffenen die betroffenen geführten ok ich bin gleich am speicherpunkt also das kann dinge oder würde ich sagen ich verabschiede mich schon mal ich glaube ich glaube es ist einschaffen ich werde wahrscheinlich noch mal dann so ein shop gehen falls es überhaupt einen shop gibt ja am hafen glaube ich werde wieder ein paar dinge aufhören aber wir sehen uns dann im nächsten part